Hallihallo, ich begrüße euch im Autoladen Dresden zur heutigen Fahrzeugpräsentation dieses VW Caddy 2 Liter Diesel Highline. Die Farbe ist der absolute Wahnsinn. Die sieht wirklich live, ich guck mal kurz hinter die Kamera, ja live genauso geil aus wie auf dem Video. Das heißt, nennt sich Viper Grün in dem Fall und der kann eigentlich alles. Also wer eine Familie hat mit so zwei, drei Kindern denke ich, da ist das genau das richtige Auto. Der hat die richtige Ausstattung, der hat erst 46.000 Kilometer gelaufen. Der kommt aus dem seriösen Vorbesitz. Der Vorbesitzer hat sogar Michelin-Reifen hier verbaut. Das ist so der preisintensivste Reifen, den man überhaupt bekommen kann, dass man sagen kann, der hat sein Auto auch wirklich gemocht. Dem fehlt es an nichts. Der hat wirklich alles an Ausstattung, was man eben so braucht oder eben auch nicht. Vom Klimaautomatik, großes Navigationssystem, Sitzheizung, Fahrlichtautomatik, diese Alcantara-Lederkombination, da sieht das Ganze auch hochwertig aus. Das sind 6-Gang-Schalter in dem Fall, den könnt ihr sparsam fahren. Ihr habt auch sämtliche Ablagemöglichkeiten. Das Winterpaket ist hier mit dabei, mit den beheizbaren Spiegel. Also hier ist wirklich, dem fehlt es wirklich an nichts. Und für die Leute, die Kinder haben, wissen das, auf dem Parkplatz knallen die gerne mal die Tür dagegen. Das habt ihr hier nicht. Durch die Schiebetüren. Die ist beidseitig, also links wie rechts. Und ansonsten haben die hinten auch die Kids die Ablagemöglichkeiten an den Sitzen hinten. Also so eine kleine Tische. Ihr habt oben auch, vorn über dem Cockpit, hat man auch sämtliche Ablagemöglichkeiten. Also es ist wirklich ein perfektes Familienauto für meinen Geschmack. Die Farbe ist auf jeden Fall, einmal sieht sie gut aus. Und zum anderen finde ich, hat die natürlich auch einen Sicherheitsaspekt. Das heißt, wenn ihr draußen rumfahrt, werdet ihr auf jeden Fall gesehen. Für die Leute, die mit so einem großen Auto nicht so gut klarkommen, der hat eine Rückfahrkamera. Dementsprechend gibt es da auch keinen Stress mit dem Einparken. Der Kofferraum ist riesig. Hier kannst du alles reintun. Vom Kinderwagen über, keine Ahnung, hier passt auf jeden Fall alles rein. Und ansonsten hat man auch hier hinten wieder an der Seite noch so ein bisschen ein paar Ablagemöglichkeiten. Also für mich ist der VW Caddy wirklich das beste oder schönste Familienauto, was man so kaufen kann. Geht einfach nie mehr. Und der hat auch wirklich einen Bestzustand, will ich jetzt mal fast sagen. Ein paar kleine Gebrauchsspuren wird man sicherlich finden. Es ist ja kein nagelneues Auto. Aber alles in allem, ich habe jetzt nichts gesehen. Ich bin auch vorher schon mal kurz drum herum gelaufen. Der hat nichts. Einfach keinen Kratzer, keine Beule, vielleicht so mini kleine Sachen. Hier irgendwie so einen kleinen Steinschlag. Der ist ja nicht in Watte bewegt worden. Der ist 46.000 Kilometer. Das ist ein bisschen mehr als einmal um Äquatros, dass man mal eine Vorstellung hat. Und dafür sieht der wirklich super gepflegt aus. Also hier gibt es eine absolute Kaufempfehlung von mir für dieses Fahrzeug. Wenn man es jetzt mal nach Schulnoten bewerten würde, vielleicht ein 1-. Na 1 wäre ein Neuwagen. Also da habt ihr wirklich, den kann man so kaufen, denke ich, wie er ist. Warum machen wir das Video? Wir dürfen euch ja gerade aktuell nicht empfangen und dementsprechend, dass ihr mal einen Eindruck vom Auto an sich habt. Wenn das noch nicht reicht, bieten wir die Videotelefonie an über FaceTime und WhatsApp. Sprich, dort können wir noch mal unter die Motorhaube gucken oder den Motor mal laufen lassen. Oder ihr seht mal uns, das Team und den Laden, dass man einfach einen Eindruck hat. Weil ich weiß, hier geht es selber um viel Geld. Und dementsprechend ist es ja so eine Vertrauenssache. Wenn ihr nie herkommen könnt, uns nie anlecken könnt in dem Fall, dann geht das vielleicht trotzdem, dass wir uns mal sehen und ihr einfach einen Eindruck habt. Also wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst es uns gern wissen. Ruft an und meldet euch von 9 bis 18 Uhr unter der Woche. Ansonsten auch gern Samstag 10 bis 14 Uhr. Und jetzt kommt's. Wir bieten sogar noch die kostenfreie Lieferung bis vor die Tür. Das heißt, das Auto könnt ihr ganz easy going, setzt euch bei euch auf die Couch, macht euch einen Kaffee oder Tee. Wir sind hier vor Ort und dann sehen wir uns per Videotelefonie. Und da könnt ihr alle Fragen loswerden. Ihr könnt euch löchern, was ihr wollt. Ich stehe Rede und Antwort und probiere es so transparent als möglich für euch zu machen. Das heißt, Richtung Garantie, Finanzierung. Ihr habt irgendwie ein Auto, was ihr abgeben wollt. Ich denke, ich habe auf alles eine Antwort. Und ansonsten freue ich mich, euch dann zu sehen. Danke erstmal. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Dad! ừ